Moin Moin, herzlich willkommen zum Operation Flashpoint Cold War Crisis Let's Play. So, wir sind jetzt hier in Mission Nummer 19, True Wing Set Tide. Ja, und es geht mit einer weiteren Runde mit dem David Armstrong, Rufname Alpha 1, weiter. Ja, in den letzten Missionen haben wir hier dieses gegnerische Lager im Plan Quadrat. Und die H30 ausfindig gemacht. Dann haben wir hier oben vom Berg raus geguckt. Ja, nun sollen wir hier belohnt werden. Darum dürfen wir dieses Angriff hier leiten. Ja, wir wurden hier abgesetzt. Und müssen als erstes hier durchs Tal durch. Das Tal sichern. Dann, wenn wir hier an dem gegnerischen Lager angekommen sind, geben wir den Code durch 001. Und dann wird hier der Bravo-Trupp, der hier wartet, von der anderen Seite her angreifen. Wahrscheinlich irgendwo von hier aus, denke ich mal. Ja, wir müssen das ganze gegnerische Lager außer Gefecht setzen. Und wir sollen keinen entkommen lassen. Hört sich ein bisschen makaber an. Hehehehe. Alle Erbknallen. Alles klar. Das kann ich. Ja, 15. Juni 1985. Ja, er sagt hier, endlich ist Verstärkung eingetroffen. Ganz, ganz viele NATO-Soldaten jetzt im Lager, in Gois. Ja, und er meint halt, dass es jetzt was werden kann. Dass er Leute von der, dass wir die Russen von der Insel vertreiben hoffte. Ja, und er soll ein, er soll komplett neue Soldaten nehmen. Halt für diesen Einsatz. Ja, und der Bravo-Trupp wird von dieser Seite angreifen, quasi. Wird gleichzeitig uns unterstützen, wenn wir das Lager angreifen. Ja, und er schreibt noch hier, es sind noch viele Waffen angekommen. Klammern, im Ausrüstungsbereich nachsehen. Noch mal ein kleiner Hinweis. Das können wir auch nochmal tun. Und tatsächlich, es ist einiges hier zur Auswahl. M4, M16 mit 200, mit Granatwerfer, M60, M21. Tja, was nie wieder machen. Das ist jetzt die Frage. Und ich könnte nicht mehr mal so ein Scharfschützengewehr schnappen, ne? So eine M21. Hm. Kann ich ja immer mal machen. Und denn hier, zack. Noch ein paar Magazine dazu. M21, zack. Volle Bandbreite hier. Hier noch auswählen. Pistole auswählen. Nö. Okay. So. Bobby. Äh, Bobby. Bobby ist Sanitäter geworden. Mensch. Hat eine Weiterbildung gemacht. Von MG-Schützen zum Sanitäter. Glückwunsch. Bis jetzt ein gefragter Mann wahrscheinlich. Mal ein Lächer. So. Der Typ hier. Die 5. Der kriegt nochmal eine LRW. So. Was haben wir dann noch hier zur Ausfall. Der kann mal M16 mit Granatwerfer kriegen. Granaten. Zack. Aber noch was tolles für dich. Der auch. Ja, komm hier. Volle Ausrüstung. Ja, das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Na. Das passt. Okay. Dann würde ich mal sagen. Lass uns das Lager auseinandernehmen. Los geht's. So. Da ist der LKW, der uns gebracht hat. Okay, bravo. Du kriegst das Signal, Hans. Aber erst müssen wir hier das Tal untersuchen. Hm, so. Ich bin mal gespannt hier. Wie viel Russen hier noch rumkrochen. Dem, 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 dem. Alle Gefahr. Oh, war da was? Na. Da hinten sind zwei. Okay. Mal mal speichern. Dem, der, dem, der, dem. Da kommt nichts an. 11 o'clock, enemy, soldier, 200. Verdammt. Äh. 7. Ey. 11 o'clock, soldier, 200. Wo ist er? Da. 11 o'clock, AP soldier, 200. Da ist noch einer. 11 o'clock, enemy, soldier, 200. Ich bin hier gerischt. Jetzt aber. Ja, komm schon. Steh auf, traurig. 11 o'clock, soldier, 200. Meine, ziehgenauigkeit hier schon wieder. Na, einer ist doch noch da. Ah, gut gemacht. Der wollte sich hier an der Seite runterschleichen. Okay, 7, äh, dann gehen wir zum Sunny. Und lass sich verarzen. 7, go to soldier, 5 o'clock. Roger. Und ich hole mal hier mal Fernblast raus. Gucken wir mal hier die Gegend an. Hm. So wie ich das hier kenne, kommen wir hier gleich noch irgendwo welche. D, 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 D. Oh, was ist da denn? Da kommt ja ein ganzes Rudel an. Oh, und die da. Na? Da sind sie ja. Oh, Mann, ey. Oh, ich ziehe hier noch nicht, Alter, ey. Scheiße, ey. Ich sehe nichts. Da, komm. Komm, jetzt geht's los hier. Drei. Ein Uhr. Ein Uhr. Geh mal ein bisschen Rücken-Denkel mehr. Ja, okay, den Officer. Da war noch einer, okay. Der da. So, das ist schon noch eben irgendwas. Abgehauen, denke ich mal. Oder haben wir sie jetzt alle? Ja, okay, sieht ganz gut aus, glaube ich. Da hinten fern, BMP. Oh, war hier auch noch eine Patrouille. Mal nicht vorhin gesehen zu haben. Ja, okay, Leute. Dann lassen wir weiter. Ja, okay, Leute. Auf geht's hier. Können wir nicht mal bis dahin gehen. Und Feuerpause. Und ich speicher hier nochmal. So, dann wollen wir mal schauen hier. Nur ein bisschen was. So, da ist das Lager. IBMP. Ein paar Soldaten. Vier Uhr. Das ist ja irgendwo hier drin. Das liegt da hinten drin und links. Da. Oh, das ist ein Blatt. Scheiße. Wir stecken sich hier schon wieder. Da. Was ist der denn jetzt, ey? Da. Komm schon. Mist, Kerl, ey. Mist, Nille. Läge dich zu deinen toten Kameraden. Da, wo du hingehörst. Hier, Feuerpause. Mann, 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 Mann. So. Okay. Ja. Und da spricht man noch von einer. Wir greifen mit einer überlegenden Macht an. Was ist das? Da habt ihr auch nur so gedacht. Ja. Na, nur ein Bein getroffen. Er läuft erstmal weiter. Gut. Dann schieße ich dich nochmal ein bisschen ab. So, wo war der andere? Und noch einer irgendwo. Na, tauchen schon wieder auf. Irgendwann tauchen sie alle wieder auf. Da auf jeden Fall der BMP. Das sind meine Jungs. Und meine Patrouille eben. Scheint nicht so. Würde ich den neuen Typen noch gerne erwischen hier. Boah, wie viele eh. Na gut, äh. Gott. Wo ist das Ding jetzt da? Okay, ich komme jetzt mal ein bisschen lachgelaufen. Ich muss immer noch eine flüchtige Position suchen. Von wo aus ich schießen kann. Vielleicht da von da oben. Aus dem Busch. Scheint ganz gut zu sein. Papa Bear, this is Alpha One. We're through the valley and in position to commence our assault. Over. Received Alpha One. Good luck boys. Out. He's a... Ah! Uuuh. Ja, danke auch. Für diese Rückendeckung. Okay, also irgendwo schleicht hier noch einer durch. Wie Kiegend, ey. Oh, Mann. Tja, wo ist der jetzt? Habe ich den da vorne übersehen, vielleicht? Kann natürlich auch sein, dass er hier vorne neu ist. Dum, 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 dum. Stimmt nur irgendeiner von dieser versprengten Patrouille hier. Ich gehe jetzt nicht aus, schuld habe ich ihn spät an der Bank. Oh. Papa Bear, this is Alpha One. We're through the valley and in position to commence our assault. Over. Received Alpha One. Good luck boys. Out. Das will ich nicht, du Spank. Das ist doch da vorne gewesen, glaube ich, hier irgendwo. Scheiße. Wo ist der denn jetzt hier? Oh, da. Ne, das sind meine. Das ist auch meiner. Verdammt nochmal, ey. Oh, ich bin jetzt hier auf dem Feuer knapp gekommen. Okay, ähm. Sechs. Vielleicht findest du ihn hier. Oh, ich muss das Feuer ein bisschen auf mich lenken, hier mal. Ja, toll. Ja, gut. Da ist er. Da ist er. Das war. Ja, kurz kontrollieren. Getroffen hab. Ja, müsste ich. Die Pusche siehst du ja auch echt nichts, ey. Ob der da nun liegt oder nicht. Ich dachte, mein Armer ist schlimm, aber hier ist es auch echt, obwohl hier nicht so viel Vegetation ist, ist auch schon gar nicht so einfach. Okay, dann, äh, befeift euch mal hier vorne hin. Okay, und ich mach hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder. Tschüss.